Herzlich Willkommen, mein Name ist Ralf Ungerland und ich freue mich, dass du hier jetzt dabei bist vor diesem Video und wahrscheinlich Interesse hast an der Trance Medium Ausbildung, denn darum geht es jetzt. Genau, Trance Medium Ausbildung, was wirst du dort lernen? Du wirst als Trance Medium lernen, sozusagen mediale Seelenreisen zu machen, das sind Reisen in frühere Leben und in die geistige Welt, um deine Klienten, deine jetzigen oder deine zukünftigen Klienten halt bei ihren Themen, Problemen, Fragen zu unterstützen, zu helfen, zu heilen und auch sozusagen ihnen Antworten zu geben über ihren Seelenweg. Es ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, eine sehr erfüllende Arbeit und was es alles genau ist, darüber wirst du in der nächsten Lektion ein wenig mehr erfahren. Aber du bist genau richtig, wenn du den Wunsch hast, vielleicht sogar den brennenden Wunsch hast, genau das für andere Menschen zu tun und auch dieser Arbeit, ich möchte es bewusst mal auch Arbeit nennen, diesem Beruf, diesem spirituellen Beruf nachzugehen. Und du wirst ganz viel, ganz viel natürlich auch erfahren, letztendlich auch über die spirituelle Welt, über die geistige Welt und du wirst sozusagen lernen, wie du halt ein Thema, eine Frage, ein Anliegen, die deine Klienten hast, irgendwelche, ich will es im Moment noch gar nicht nennen, Ich mach es mal ganz allgemein, ein Anliegen, was der Klienten hat zu sagen, mit welchen Methoden du das auflösen kannst, denn darum geht es letztendlich halt. Und es geht nicht darum, irgendetwas zu sehen und sagen, okay, du hast jetzt vielleicht die und die Angst oder du hast vielleicht Angst vor Nähe, du hast Beziehungsängste und das kommt daher, weil du im früheren Leben das und das erlebt hast. Das ist nicht, vielleicht ist es ein kleiner Teil der Arbeit, der wichtigere Teil ist sozusagen, das in dieser medialen Arbeit für deinen Klienten aufzulösen und in die Heilung zu bringen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, jetzt bin ich aber neugierig, was ist das alles ganz genau und wo kommt das her? Es gibt zwei Bücher zu dieser Thematik, das eine, wenn du es vielleicht schon gelesen hast, aber wenn nicht, dann empfehle ich es dir, dir als Buch zu kaufen, Seelenreisende, mediale Reisen in die Welt der Seele. Das habe ich geschrieben und hier ist sozusagen alles von Anfang an erklärt. Hier ist ein Stück weit auch mein Lebensweg drin, halt anhand der, ja, in dessen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, auch natürlich zusammen mit meiner Partnerin Nicole Frost, wie wir das Ganze auch dann letztendlich entwickelt haben, weil es stammt ursprünglich aus der Rückführungstherapie und das ist ein, auch ein wesentlicher Bestandteil, nur es ist nochmal viel umfassender und nochmal in einer ganz, ganz anderen, ganz, ganz anderen Form. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, das ist sogar richtig, richtig dick geworden. Da haben unsere Absolventen der letzten Jahre ein oder manche haben auch zwei Praxisfälle dokumentiert mit Anliegen, was sie für eine Reise gemacht haben, was es bei den Klienten bewegt hat. So, das kannst du hier nachlesen, ein bisschen auch ein Nachlesebuch sozusagen, um mal immer wieder was, verschiedene Praxisgeschichten zu lesen, lege ich dir wirklich ans Herz, wenn du sagst, das ist vielleicht eine Ausbildung für mich, die könnte genau richtig sein, dir diese beiden Bücher anzuschaffen und die auch zu lesen. Denn dann wirst du ganz genau wissen halt, okay, das ist wirklich etwas für mich. Okay, das soll es jetzt erstmal an dieser Stelle gewesen sein und dann freue ich mich, wenn du weiter dabei bist und dir die nächste Lektion anschaust.